Was ist das? Bis jetzt hat noch niemand geschafft, es zu öffnen. Was passiert hier? Es hat sich viel geändert. Reed leitet das New Yorker Büro. Tasha ist jetzt bei der CIA. Und Patterson ist in Silicon Valley. Hey Jane, wir haben mich in deiner Wohnung untergebracht. Das ist so intim. Ich höre wohl nicht richtig. Und Rich.com arbeitet für das FBI. Hast du denn wirklich gedacht, du könntest dich ewig verstecken? Roman. Wie es aussieht, steckt hinter jedem Tropfen neuer Tinte eine Geheimbotschaft. Du musst Buße tun für das, was du getan hast. Ich weiß, was du alles aufgegeben hast. Wenn wir noch einen Versuch wagen, dann werde ich diesmal alles geben. Mögen die Spiele beginnen. Alles Wichtige erfahrt ihr aus dem Brief. Ich glaube, ich kaufe mir auch so ein Ding. Blindspot. Die komplette dritte Staffel.